Einen schönen Mittwochabend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem Fünffach-Checkbott bei Lotto 6 aus 45 und zum Joker. Fünfmal hintereinander hat es also keine sechs richtigen gegeben. Und somit geht es jetzt zum zweiten Mal im heurigen Jahr um einen Fünffach-Checkbott. Und diese Ziehung hat das Potenzial, in die knapp 30-jährige Lotto-Geschichte einzugehen. Endet sie nämlich mit einem Solo-Sechser, so würde es einen neuen Rekordgewinn geben. Denn die sechs richtigen sind heute rund 9,6 Millionen Euro wert. Es wird also in wenigen Augenblicken spannend. Glücksrichter und Kugeln sind überprüft und ich begrüße den Notarier im Studio, Herrn Dr. Manfred Miefek. Er wird die heutige Ziehung beaufsichtigen. Ja und jetzt bleibt mir Ihnen nur viel Glück zu wünschen und los geht's. Und unsere erste Gewinnzahl von heute Mittwoch lautet 30. 30. Glückskugel Nummer zwei bei dieser spannenden Ziehung lautet 39. 39. Weiter geht es mit sieben. Sieben. Ich hoffe, Sie haben auch 24 auf Ihrer Quittung stehen. 24. 24. Gewinnzahl Nummer fünf heute Abend ist 38. 38. 38. Und der heutige Sechser ist komplett mit 35. 35. 35. 35. Und der heutige Sechser ist komplett mit der Ansteigungszahl. Fehlt uns nur noch die Zusatzzahl und diese lautet 36. 36. Hier noch einmal die Gewinnzahlen jetzt in ansteigender Reihenfolge. Sieben, 24, 30, 35, 38, 39 und die heutige Zusatzzahl ist 36. Kommen wir nun zum Joker. Beim Joker hat es zuletzt einen Solo-Gewinn gegeben. Ein Spieltrenner aus Wien hat als einziger die richtige Zahlenkombination auf seiner Quittung und erhält für das angekreuzte Ja mehr als 302.000 Euro. Ich hoffe, Sie haben heute mitgespielt und Ja zum Joker gesagt. Legen wir los. Die erste Stelle der heutigen Joker-Zahl lautet 1. 1. 1. 1. 1. An zweiter Stelle haben wir 8. 8. Die dritte Stelle lautet 6. 6. An vierter Stelle haben wir 5. 5. An der vorletzten Stelle 0. 0. Und an der sechsten und letzten Stelle haben wir 8. Somit lautet die Joker-Zahl der heutigen Ziehung 1, 8, 6, 5, 0, 8. 1,50 Euro gewinnen Sie mit einer übereinstimmenden Stelle, 7 Euro mit zwei Stellen, 77 Euro mit drei, 770 mit vier, 7700 mit fünf und mit sechs übereinstimmenden Stellen haben Sie den Joker. Ob und wie viel Sie heute Abend gewonnen haben, können Sie durch Eingabe Ihrer Quittungsnummer auf www.lotterien.at überprüfen. Allen Gewinnerinnen und Gewinnern dieser Ziehung gratulieren wir natürlich sehr, sehr herzlich. Anzahl und Höhe der Gewinne erfahren Sie darüber hinaus im UF-Teletext auf Seite 721, auf win2d.at, aus den Tageszeitungen sowie in Ihrer Annahmestelle. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und auf Wiedersehen am kommenden Sonntag hier in URF 2.